Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends Erstmal Soundcheck Passt, würde ich sagen Und rein in Lichter des Todes Ob sie wirklich so des Todes sind, müsste ich erst herausstellen Ah, da war was versteckt Okay, hier war wir Oh Ja Ja Oh, durch hier Ah, jetzt kommt die Hilfe Hier oben ist aber nichts Gut Also das ist einfach Bis jetzt Was, ich war drin? Ich lasse den nicht mehr noch weiter den kleinen Link schlagen Hier war einer versteckt Oh Hi Hab ich dich entdeckt? Oh, das hab ich auch entdeckt Ähm, ja Das ist schon heikel Aber Schaffbar Ja Und schon hab ich 225 Looms Curl Oh 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 U So, weiter Ich dachte eben, da wäre ein Kleinling gewesen, aber war es glaube ich nicht Ja, wie einer einschlägt Ne, du schließt nicht Ist da oben was? Nö Ah, wie, ist Geld drin Ja, ich habe jetzt alle Kein Kleinling übersehen bisher Ah, wie eine versteckt Und haut wieder mal jemand ein Oh, boah, boah, boah Boah Ich hoffe ich habe keinen übersehen Ah, da oben Wer wird gleich erst fertig gemacht? Erstmal mache ich das hier Nein 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 Das ist Das ist ein bisschen härter Hier oben Das ist ein verdammtes Bisschen schwieriges Rätsel Das sollte nicht passieren Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 nein haben mich diese verdammten gegner erledigt die gesamten tauchfrösche das wäre geschafft ich hätte wieder meinen Hässel verloren wow wie viele fehlen mir noch was ich habe einen übersehen ich darf das Level normal machen es kann doch nicht angehen dass ich einen Blumenvergesser mit seinem Kleinling einen vergessen einen ich werde ihn suchen müssen ich werde ihn Und schon wie er einen heimgesuchter Ah, kriegt wie ein Kleinling Nochmal rein Das geht doch nicht an Den Kleinling suche ich jetzt Das geht doch nicht an Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin gar nicht ein bisschen ungeduldig. Nein! 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 Was? Das kam zurück? Ach ja, die Priner von Wenden ab. Ohohoho, knapp. Fast wieder den gleichen Fehler gemacht. Wo ist der? Ja! 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 Ich bin wirklich der Worte aufgewachsen. Was ist das? Ich bin wirklich der Worte. Wie sieht es aus? Ich bin wirklich der Worte. Worte! 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 Ich bin wirklich der Worte. Ich bin wirklich der Worte. Worte! Also, jetzt ist es noch nicht Hm Hier ist es auch nicht Moment Hier Sehr gut versteckt So, hab ihn Hey, hab mir ein Herzchen Ja, ich hab's Dass ich den erst mal suchen musste Bist schon etwas nervig Wenn er einen übersieht Also, wieder zurück zu den Helden Anderer Held Würde ich's mal sagen Nein Nein Ah Ah, Bugschloss Ist jetzt heimgesucht Puh, das wird vielleicht heikel Das könnte durchaus heikel werden Los Ah 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 Ja Ja, hier geht's lang Okay Okay Das ist gar nicht mehr heikel Das war einfach Das war ja wirklich einfach Ja 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 So Ich glaube ein Level mache ich noch Rette Ursula Rette Ursula Das Ninja Do Okay Das könnte was werden Yay Woohoo Woohoo Okay Okay Oh, jetzt könnte es Vasen Das war einfach Das war einfach Boah Boah Woh Wow Woh Woh ames Wenn Woh Woh Ha 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 Ja 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 Das ist doch gut zu schaffen Hab ihn Den letzten Kleinling Ich hatte viel mehr Die brauche ich eigentlich für den Pokal Aber egal, je mehr ich habe, desto besser Was hast du denn für eine Waffe? Drei, zack Na Glückslos Na, was rube ich mir hier frei Oh, Geld Danke für das Geld Und ich würde sagen Erstmal hier raus Hier mache ich jetzt ein Cut Und bis zum nächsten Part Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal fuhre ich noch Nämnen Vielen Dank.